recording in progress einen wunderschönen tag bernhard grüß dich guten tag michael schön dich mal wieder im gespräch zu haben ist noch gar nicht so lange her dass wir gesprochen haben aber jetzt spricht der aufzeichnung haben was macht dein leben nach der volition es reinigt wie heißt es nach der volition ist vor der volition ganz genau da hast du einen schönen satz gesagt und ich darf ja sagen das gemeinschaftsprojekt w14 und blog m und akademie für bewusstseinsmedizin ist denke ich ein sehr sehr schöner erfolg gewesen und aus dieser geschichte heraus ja planen wir schon die nächste am 14 siebten in österreich und das datum ist den meisten schon geläufig und bekannt alle infos werden demnächst auf dem kanal und auch youtube übrigens der auch neu eröffnet wurde dann rausgegeben ich trinke viel wasser das ist michael ich habe ich mache ja zur zeit impulse jeden tag einen auf meiner homepage heute war bitteres wasser oder süßes wasser trinken was trinkst du lichtquelle gut gemacht das wasser entscheidet selbst ob es bitter oder bitteres wasser wasser ist ja unsere welt hier unsere materie hier unsere raumzeitwelt hier ist ja die wasserwelt richtig außen begegnen wem sagst du das genau und da besteht die möglichkeit dass ein bitteres wasser trinken das wäre die böse vier oder das was süßes wasser trinken das ist die gute vier entscheide ich mich für das süße wasser so viel zum thema ja es war ein wunderschönes wochenende mit vielen interessanten vorträgen und ja ich habe auch wirklich absolut tolle rückmeldung bekommen und also meine persönliche mein persönlicher gedanke wenn andere anders denken gerne für mich war wirklich darüber schwebend mitwertung darüber schwebend die beziehungsgestaltung unter den teilnehmern das war für mich wir haben ja auch neue und die wurden sofort mit ins heim genommen ja hause genommen ja und das fand ich aus meiner sicht ganz persönlich ja das darüber schwebende ja dieses offene ja dieses du kannst du darfst was immer du willst ja das ist dann für mich ein vier genau ja ja bei dir gibt es auch neuigkeiten du hast ein viereinhalb jahre dauerndes projekt fertig ja ja genau ein aktuelles buch magst du vielleicht kurz was zu diesem buch erzählen und was geht es da das ist verschlusssache bibel das ist das was wir in wie 14 in dem bibelkurs durch gearbeitet haben und durcharbeiten dort ist zeile für zeile wort für wort zahl für zahl erklärt was die einzelnen verse in dem teil der bibel bedeuten den wir durch gearbeitet haben und der teil bezieht sich ja immer auf die grundstruktur von welt und grundstruktur von mensch ja genau und das ist der ganze text dann erst mal der bibel text und dann kommt wort für wort zahl für zahl was es im ursprünglichen bedeutet und dann unten folgt dann immer der übersetzte satz und bitte auch hier wieder ob wir jetzt die schöpfung geschichte nehmen äußere welt haben wir die 14 wenn wir die geschichte dann im paradies nehmen adam und eva 14 wo adam ja die eins ist eva ist die vier wenn wir runter gehen zu kein und abel abel hat die aufgabe die eins zu schützen und kein will immer tiefer in die vier bis hinein in die böse vier dann haben wir lamech in uns alle eigenschaften bitte sind in uns alle das ist ein abbild was in uns für eigenschaften begabungen und fähigkeiten sind und lamech hat in uns die aufgabe der wird übersetzt mit der war der streitbare der was zu entgegensetzen das heißt dass in uns die eigenschaft wohnt dass wir was haben der bösen vier was entgegenzusetzen so und dann wenn wir weiter ziehen lamech ist ja auch der baba von noah die geschichte noah bitte ist hier geht es nicht um ein schiff oder um die arche und 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 sondern es heißt ja wörtlich übersetzt das wortwissen so wer ins wortwissen geht kann in der wasserwelt nicht untergehen während die 1 4 verbindung geht kann in der wasserwelt nicht untergehen alle anderen gehen unter symbolisch wenn wir hinein denken wie viele menschen eine erkrankung haben weil diese 1 4 verbindung gebrochen haben und dann gibt es auch wieder nur zur schulmedizin die wieder nur den die vier errichten möchten aber keine 1 4 verbindung möchten ja und da ist ja so abraham abraham dort wird dann nochmals sehr mit wertung eindrucksvoll erklärt dass der mensch und abraham bedeutet an die 1 4 verbindung dieser weg erklärt und dann kommt mein freund freund mose mit seinem bruder und dort wird dann aus ägypten heraus in die wüste zum wüstenwanderer zum einsiedler zum mönch das heißt wir sind gerade bei der neuen tarot karte übrigens und dort dann in der wüste mit einer kapuze ausgestattet denn er soll weder links noch rechts schauen sondern nur gerade und nicht mehr zurück was wir vielen menschen in dieser zeit auch empfehlen sollen dass sie nicht mehr zurück sehen sondern das was vor ihnen liegt jetzt als nahrung als wasser aufnehmen um das wort wieder aufzugreifen ja das sind themen die begleiten uns schon also gerade speziell uns beide schon sehr sehr lange wir haben von anfang an über 1 4 verbindung mystik und all das was das ganze miteinander zu tun hat referiert auch gesprochen interviews geführt und ich möchte sagen dass an der magie dieses themas nach wie vor alles da ist ja es ist immer wieder erstaunlich wie wie du bestimmte verhältnisse durch die zahlen allein ja kristallisieren kannst ja ich habe das gerade auf der position auch mal im vortrag anhand des wassers gehabt ja das verhältnis der wasserstoff und des sauerstoffatoms eins zu vier ist oder im winkel des dipols 104 grad hat ja das sind alles solche sachen wo man dann feststellen dass das praktisch nicht mehr von der hand zu weisen ist dass genau diese informationen ich möchte mal so sagen ja ganz nüchtern betrachtet ja ein ich denke mal ein zentrales element der gesamten weltbildung und auch des menschseins mitbringt ja ich glaube das ist nicht untertrieben wenn ich das so sage michael es liegt alles vor uns ausgebreitet da und da gab es die böse vier die wollte dass wir es nicht mehr sehen ich erlebe es wirklich als unseren wie 14 auftrag dass wir diese ursprüngliche welt die ja da ist nur ein bisschen verschüttet worden ist dass wir sozusagen die sind die jetzt mit dem besen es weg kärl damit das andere das immer da war und immer da sein wird wieder freigelegt ist ja das ist das was dann rückkehr oder auch umkehr letztendlich bedeutet das einzuleiten das einzuleuten ja und in der ursprünglichkeit eben auch das zu empfangen was ursprünglich da war und da gehören so wörter wie glück zufriedenheit und alles mit dazu weil alles andere kannst du ja durchaus als verwässert betrachten denke ich ja verwässert wieder im wahrsten sinne des wortes ja wir haben wir auch die die worte dazu ja ja die worte die uns so viel erzählen wie zahlen uns erzählen deswegen das wort zahl ja erzählen ja und der bauplan der seit anbeginn der welt denn ganz bewusst ist hier außen seine ausgestallisierung eben hat mit materie verbunden ja und so haben wir ja unsere zahl 40 wir haben die 1 1 wäre ja das göttliche die seele der göttliche funke wie immer was bezeichnet wenn wir ein bisschen hinein denken in den biblischen gedanken dann haben wir die vier dieses prinzip vier dass es irgendwann später dort noch nicht zu dem zeitpunkt materie geben wird oben ganz oben als bauplan von welt und mensch und dann haben wir die zahl 40 dass es materialisiert werden wird und deswegen finden wir in der bibel auch mose der 40 tage am berg sinai war wo berg bitte höchstes bewusstsein heißt geld das ist eine geschichte von mose sein einweihungsweg und auf dem weg in der wüste durchwandert er bestimmte einweihungsmomente bis er dann auf den berg hoch kann und sein bruder aaron ist ja in uns der der die aufgabe hat es umzusetzen das in die welt zu bringen die realität zu bringen mose selber ist nur in anführungsstrichen der befindet sich gar nicht im wasser deswegen wurde ja schon von seiner schwester miriam wo das m auch schon wieder am schluss ist nur mal so nebenbei m ist die wasserwelt ins wasser gelegt in den bach gelegt wie immer was jetzt symbolisch eingleiten was er schon dort symbolisiert er kommt mit dem wissen für diese 40 und diese 40 dieses wissen muss in der 40 gelebt werden und durch die wüstenwand herum raus aus ägypten raus aus der nur vier in unserem fall dann auch noch erschwerende böse vier die zur stunde existiert und dort heraus in die wüste und biblisch gesehen schreien ja die ägypter den noch nach kommt wieder zurück erleben wir zur stunde auch dass welche immer wieder die schon sich ein bisschen aus der wüste in die wüste begeben hat dass die nachbarn die freunde bekannte haben was willst du in der wüste kommen wieder zurück genau ja wobei wüste ja was 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 ist das symbolisch gesehen ich meine da kann man jetzt auch viel rein repräsentieren die meisten assoziieren natürlich mit dem wort wüste etwas sehr 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 ich sag mal extrem ist ja ich möchte mal so sagen klimatisch betrachtet ja 40 grad 40 grad am tag und 20 20 grad nachts ja also ist jetzt nicht der lebensraum wo man sagt dort ist alles da aber genau das ist es wo es letztendlich darum geht dass du wirklich in deiner ursprünglichkeit genau ich dort wieder findest du nichts da ist was in irgendeiner form dich davon ablenkt kann man sagen ja wir haben ja die situation dass in ägypten viele rummelplätze sind und im rummelplatz behaupte ich jetzt mal behauptung ist zwar falsch wird ein mensch am rummelplatz wo hier was quietscht und hier sich was dreht und hier was lautet ist wird sich der mensch nicht besinnen zu sich selber so und die herausforderung ist dass unser ägypten zur stunde ja sehr viel die fliegenschwärme der geiranken produzieren möchte ja und die aufgabe ist für den menschen dann aus diesem rummelplatz heraus zu gehen in die auch wieder gefährliches wort in die einsamkeit weil auch die neunte tarot karte wird manchmal als der einsame genannt in die einsamkeit in die ruhe in die stille zu kommen damit er nicht mehr in diesen fliegen schwärmen der gedanken auf rummelplatz unterwegs ist ja und für manche ist es einfacher dort hinein zu gehen in die wüste manche die sich schon eines rummelplatz an den rummelplatz lang gewöhnt haben die vermissen ist dann am anfang wenn sie in der wüste sind und das ist dann auch mit wertung michael für manche einen riesen lernprozess diese stille diese ruhe diese einsamkeit in der wüste zu ertragen am anfang das wird dann schon besser nur am anfang ist es halt für viele menschen wenn die gedanken noch herum hüpfen und sie nicht mehr gefördert werden von außen fehlt am anfang diesen fliegen etwas und das ist dann die herausforderung mit der wüste diese ruhe mitzubringen weil wir haben ja auch noch haben wir auch schon mal drüber geredet michael die situation dass wenn einer nur sich in der verzweiflung in der zwei aufhält er muss geschlechtslos werden ja ja so ist die überlieferung es ist geschlechtslos dass er nicht mehr in der polarität herum getrieben wird er bin ich dafür oder dagegen mag ich das mag ich jenes und da haben wir noch was bis dafür bis dagegen und hier hätten wir noch was bis dafür dagegen und so lang gibt er seine lebenszeit energie in diese verzweiflung ja das meint und er muss in diesem geschlechtslosen zustand wo wenn man die dritte tarot karte nehmen würden diesen zustand eben schon sehr früh als dritte karte übrigens beschreibt es ist herrscherin oder geschlechtslosigkeit genau bitte nicht hier das weibliche näher geben sondern den gedanken eben dass der menschen diese ruhe findet und dadurch diese innere kraft findet die 1 4 verbindung herzustellen ja es geht um nichts anders auf diesem planeten auch wenn es gerne anders hören möchten im sinne da wäre es noch ein angebot da wäre noch ein angebot da wir noch ein angebot es geht um nichts anders denn spätestens im augenblick des todes haben auch schon mal durchgearbeitet wird nicht gefragt ob es du noch dort was dort was dort was sondern was hast du für die eine 1 4 anbindung getan genau was ist von dir für dich erschaffen worden also in irgendeiner form oder oder wie hast du dein dasein verstanden vielleicht mal so sagen das sind immer wieder spannende fragen und ich darf sagen dass ich das wenn ich mal eine rückschau wagen darf ja dann macht das was mit einem das heißt also auch wenn du wenn du dich in diese thematik hinein arbeitest oder wenn du dich in diese idee möchte ich mal so sagen hinein denkst ja dann kommst du gar nicht umhin dass du dieses prinzip irgendwie auch an dir entdeckst und das sind genau diese auskristallisation die eigentlich jeder mensch im prinzip mit sich mit sich bringt alleine dadurch dass er ja schon da ist ja ob jetzt die hand anguckst ja mit vier fingern und einem daumen oder die gliedmaßen vier gliedmaßen einen kopf dann stellst du fest dass genau dieses 1 4 prinzip in in ganz ganz vielen elementen ja des menschlichen daseins schon vorhanden sind da gibt es mit sicherheit noch viel viel mehr atmen hat was mit der 1 4 verbindung zu tun das herz schlagen hat das mit 1 4 verbindung zu tun das ist so punkte die atmung ja 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 das sind alles so punkte die in dieser wertigkeit sage ich mal überhaupt nicht transportiert wurden das heißt solche informationen bekommst du ja nicht an jeder ecke oder in der bild zeitungen das ist genau das wo es darum geht ja und weißt du ich habe mir oft schon vorgestellt wie wäre die welt denn wenn wenn das was wir hier so bequatschen mal schlagzeilen in einer großen boulevard zeitung stehen würde andererseits muss man sich klar machen dass das auch etwas ist was jeder mit sich selbst ja ein stück weit auch vereinbaren oder auch ausmachen muss und da kann dir von außen eigentlich relativ wenig geholfen werden weil wir auch wissen dass diese einweihungswege nur bis zu einem bestimmten grad begleitet werden dürfen ab irgendeinem punkt und der ist relativ früh ist es praktisch untersagt da noch weiter einzubringen ja und ist auch wieder spannend wenn wir über das nachdenken dein buch beschäftigt sich auch damit nehme ich an naja jetzt ausschließlich um die übersetzung dieser teile die kunststruktur welt und mensch sind ja hier kommt hier noch mal für mich das ist jetzt mein erlebnis gewesen und vielleicht finden sich andere auch noch wenn man beginnt sich mit dieser thematik zu beschäftigen oder hebräische thematik dann kommt am ersten moment was wollen die von mir im zweiten moment kommt dann es kann doch nicht wahr sein diese klickmomente kennst du die ja klar und wie ich habe die teilweise mal kurz genau diese klickmomente es kann doch nicht wahr sein es kann doch nicht wahr sein was haben die uns außen erzählt erzählt erzählen es immer noch und was gibt es da noch für eine andere seite anderes hinein denken hinein sehen hinein fühlen hören riechen und schmecken weil ja und dann beginnt eine freuden zeit das ist richtig genau das im außen auch wahrzunehmen auch das ist richtig weil zwangsläufig und das ist das schöne an dieser an dieser ursprünglichkeit wenn du es tatsächlich schaffst ja in eine ursprünglichkeit einzutauchen ja das was ich jetzt für mich erfahren habe dann entwickelt sich dort ein moment eines wenn man kein wort hat ist das kein schlechtes zeichen das ist ein zeichen dafür dass etwas mystisches versucht sich auszudrücken ja ein moment der glückseligkeit ich möchte es mal so nehmen ja das einfach dieses dasein an sich ja schon mal nicht als fehler oder als überflüssig jetzt im anderen sinne verstanden wird ja sondern dass es so verstanden wird dass diese einzigartigkeit einen ganz bestimmten sinn hat und dass es absolut in ordnung ist dass man in einer form existiert die auf diesem planeten ihren ausdruck findet und ich glaube daran krankt ja schon bei ganz ganz vielen prozessen da draußen wenn du siehst wie staat wie politik wie wie von oben herunter kommuniziert wird dann ist das immer ein ausschluss deiner individualität einer einzigartigkeit mit drin es ist der anspruch einer normierung drin es ist immer der anspruch einer einer gleichschaltung drin und weißt du wenn man das dann so aus der warte mal betrachtet dann mal feststellt was alles weggelassen wird um dem menschen oder oder was ganz bewusst nicht kommuniziert oder den menschen nicht die möglichkeit zu geben in diesen weg einzutreten ja dann macht man sich über diesen weg schon gedanken wären warum diese energien da befeuert und aufrecht erhält ja gut hinein denken die müssen das so machen weil das ist eine bestimmte menschen menschen sind sie keine es sind die nur einen auftrag haben finden wir auch bei weinrieb übrigens ja einen einen auftrag haben nämlich den menschen möglichst bestmöglichst weg zu führen von 1 4 verbindung und hin in die böse 4 das ist das linie auftrag und unser auftrag ist es ja jeder einzelne von uns auftrag dass wir das erkennen können und dass wir eben beginnen diesen 1 4 weg zu gehen und für soll dann auch der baum der erkenntnis sonst da gewesen sein genau genau der ja die 1 4 ist und weil du gerade mit dem wort glückseligkeit seligkeit oder seligkeit benutzt hast wenn wir dann an diesen zustand kommt es außen wahrzunehmen dann wird es in den überlieferungen nicht mehr als gefühl beschrieben sondern als zustand beschrieben es ist glaube ich das richtige für den zustand ja auch bitte weil er auch viel durcheinander außen ist ich habe auch bis ich das verstanden hatte einige jahre gebraucht mit dem wort sein es gibt seins zustände momentan sind wir beide im seins zustand 1 4 denken fünf minuten später wenn wir dann fertig sind vielleicht sind wir im seins zustand essen oder wassertrinken dann gehen wir aus dem haus dann sind wir aus dem haus seins zustand die herausforderung und dann gibt es ein seins zustand wenn wir verstorben sind und im warte zimmer sind ist auch ein seins zustand das wort sein bitte dorthin gerückt wird wo es auch in wirklichkeit aus dem wort sein heraus ihre ursprünglichkeit besitzt und es gibt ein sein das ist auch im wird nicht in der bibel erwähnt weil die erste schöpfungsgeschichte ist nicht in die bibel es beginnt mit der zweiten schöpfungsgeschichte was ich auch in meinem buch drin habe und dort wird sein leben licht aus dem ursprung heraus befördert und das ist ein einheit seins zustand und wir haben hier unten polare seins zustände die ein bisschen abgeschwächt werden können wenn ich die drei die geschlechtslosigkeit mit einbauen also wenn man das wort sein mal wirklich zum sein erklären also es gibt einen spannenden zusammenhang zwischen sein und sein ja weil ein seins zustand das ist ich möchte ich möchte da ganz kurz rein ja weil aus irgendeinem grund habe ich mich mit dem wort sein tatsächlich beschäftigt weil mir das vor die augen kam was einer recherche bedarf bedarf bedürft bitte wie sagt oder jetzt es bedarf es bedurfte einer recherche genau und da tauchte das sein plötzlich auf wir haben das sein in zwei ausführungen wir haben das sein als wert und wir haben das sein tatsächlich als hauptwort ja und es kommt darauf an wie der seins zustand zu sehen ist ja weil das sein als hauptwort ist tatsächlich ein anderes wort für existenz und das sein als werb wiederum ist ein anderes wort für existieren jetzt sind aber diese beiden zustände völlig voneinander verschieden weil ein ein der ausdruck existenz bezieht sich immer auf etwas materielles und greifbares das heißt wenn du sagst ich bin existent ja dann lässt du ganz bewusst oder unbewusst einen teil des seins weg ja das wort sein im verb zustand ja bezieht sich dann letztendlich nicht auf die existenz obwohl das existieren das gleiche bedeutet deswegen können wir diese unterscheidung schwer treffen weil die wörter so ähnlich sind aber das wort sein als wer bezieht sich tatsächlich auf die essenz und essenz und existenz sind genau diese zwei zustände die in einem menschen ihren ausdruck finden weil er hat ja seine existenz in form eines körpers die vier die vier und er hat die essenz in form des fließens das was fließt ist jetzt nicht nur die 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 der blutkreislauf oder oder das ein ausatmen dass das essenzielle ist immer das was dann am schluss tatsächlich mit dem wort wesen ausgedrückt werden kann und wesen drückt aus dass alles in dir drin ein seins zustand im sinne eines flusses ist also als verb da gehören deine gedanken dazu deine gefühle dein dein all das was in dir selbst einen einen ausdruck findet ja ich sage ja immer einen schönen vergleich wenn du deine dein kumpel besuchst dann lässt du deine ganzen erfahrungen nicht immer der ecke stehen und die hohe die nahe wieder ab ja ich mich zurückfahre du hast das immer alles dabei das ist alles in dir drin und all das macht dich ja zu dem was du bist deine ganze erfahrung denn alles was du mitbringst drückt sich ja in einem jetzt aus und das sein ist immer das jetzt weil du wie du es gesagt hast immer den zustand dann wechselt dann wechselt logisch logischerweise auch den wesens zustand wenn du im essen bist bist du nicht im im interview das ist dann etwas völlig anderes also was ist dein wesen dein sein mit etwas dein fließen mit anderen dingen beschäftigen wir kommen gerade noch der gedanke mit im exil wir leben ja im exil wir sind nicht zu hause weil und exodus heißt auszug also wir finden hier immer irgendwas was außen ist ja und wenn wir mir kommt jetzt gar das wort exoterik das ich ja gerne bin ist ja auch das nach außen gegeben das nach außen gelegte und das ist immer die vier und dann gibt es eben noch einen zustand der vom zahlenwert her als eins bezeichnet wird und das ist auch die essenz ja und ich glaube weißt du wenn ich das jetzt aus meiner warte also es ist ein entwicklungsprozess also das ist etwas das das muss sich im kopf manifestieren und dann wird sich das immer weiter auch ausbreiten und je mehr du bei deiner eins bist je mehr du merkst dass diese dieses wesen dass das fließen in dir ja eine wertigkeit wir beide haben uns jetzt gerade vorher noch unterhalten ich habe diese kleine anekdote aus diesem wunderschönen örtchen wo ich war da erzählt je mehr du in diese in diese eins gehst ja merkst du dann letztendlich auch dass auch dort auf dieser ebene tatsächlich eine möchte man so sagen eine verführung oder eine eine andere macht vorhanden ist die dich tatsächlich auch dort erreichen kann und auch da gilt es natürlich diese eins letztendlich denke ich ein stück weit zu schützen ja wenn wir die urhebräischen zeichen nehmen buchstaben dann ist ja die zehn die hand von oben und die elf die hand von unten zusammenkommen wenn wir die beiden jetzt mal nehmen und so wartet ja auch eine hand oben auf uns dass wir die hand nach oben reichen symbolisch gemeint und wenn das dann stattfindet dann geschehen eben prozesse die für den der nur in der bösen vier spazieren geht niemals vorhanden sein werden es ist eine unmöglichkeit ist dann zu erkennen können und zu erleben weil hier sind wir auch wieder im erlebens erst erkennen zustand und dann erlebens zustand allerdings da man vorteil manchmal braucht es kein erkennen und es ist erstes erleben und daraus entsteht es kennen weil jetzt nicht mehr die ratio die dominante ist sondern das andere da wären wir jetzt schon beim wort zu fall oder ein fall oder ein fall oder ausfall ja was mir noch so ein stück weit aufgefallen ist ich meine jetzt immer immer mal in der ursprünglichkeit betrachten aber ich hatte jetzt letztens erst mal eine begegnung das ist für mich auch eine sehr interessante geschichte gewesen in dem ich dann einfach mal auch mit dem thema der todsünden wieder konfrontiert und gut es gibt es dantes göttliche komödie und alles was dazu gibt ja wurde auch hollywood technisch in vielen bereichen ausgearbeitet ja aber auch da ist etwas drin wo ich denke das ist so dermaßen schon verwässert ja ich möchte es mal so sagen dass die ursprünglichkeit nicht richtig rauskommt jetzt hast du noch eine möglichkeit zu sagen du guckst dir mal einfach dieses wort an und oder was eine todsünde beschreibt und das bezieht sich allein durch die tatsache dass es substantive sind immer auf die existenz das heißt also immer auf das was im prinzip mit dir mit der dir gebenden gegebenen materie angestellt wird durch deine eins weil die eins ist die treibende kraft auf was richtet sich die eins aus genau und unter dem aspekt bekommt das für mich auch eine völlig neue wertung ganz einfach deswegen weil es darum geht was du mit deinem wesen bestimmst was mit der körperlichkeit im außen dann gemacht wird genau und das ist dann immer also wenn du dir das anguckst dann stellst du fest dass das wirklich in diesem 1 4 prinzip drin steckt das sind ja auch sieben ja die damit und all das immer in der auskristallisation sich zeigt im aufbau oder in der gestaltung von materie und da fände ich das wirklich sehr sehr spannend dass dieser zusammenhang dort mit zutage tritt ja erstmal das wort sünde bedeutet ja abgesondert sein wenn man das neben abgesondert sein von der 1 4 verbindung trennung das ist sind so wenn und bitte nicht wenn die oma am sonntag nicht in die kirche ist dass es dann sünde werde also bitte hier muss man sehr vorsichtig damit um ja dann haben wir das wort tot und da haben wir jetzt aus zwei verschiedenen traditionen heraus einmal ist der baum der erkenntnis ja der todes baum und deswegen wird häufig gesagt diese welt wo wir sind ist die welt des todes hier wird gestorben hier müssen wir irgendwann raus damit wir wieder ins leben kommen deswegen ist jeder jedes sterben in wirklichkeit ins leben gehen wenn ich mit menschen spreche und die sagen er ist gestorben dann sage ich bitte du uns mal einen gefallen ihr mann frau ist ins leben gegangen aus der todeswelt wenn wir diesen begriff mal aufbauen und dann hätten wir noch die dreizehnte mit der rohkarte wo der tod drauf ist hier ist gemeint zu lebzeiten einen tod durchzuführen nämlich den wechsel tot mein transformation nämlich von der 0 4 hinüber gehen in die gute 4 und dann die 1 4 verbindung das würde jetzt in den bestimmten traditionen würde ist es ein ganz eigener einweihungsschritt diese transformation durchzuführen ja und wird der rituell auch manchmal mit sage symbolisiert dass sich der mensch symbolisch in den sarg liegt der sagt zugemacht wird und jetzt ist er gestorben das alte ist gestorben die böse vier ist gestorben und dann kommt er raus und gehen die 1 4 verbindung wenn wir mal in bestimmte mysterien tradition hinein denken so michael dann lass uns weiter süßes wasser trinken machen wir 1 4 verbindung ja die 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 uns die tage ja uns ansehen hinein sehen den wünschen wir bitte dass wenn bitteres wasser dort steht stehen lassen und das süße wasser trinken 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 bernhard es war mir wie immer eine ehre weil sie eine kurze nummer lieber gemacht haben aber die hat das schon wieder verdammt verdammt in sich ich freue mich auf weitere gespräche und die weitere zusammenarbeit ja und bis die tage bis die tage werde ich danke dir tschau